Musik Yay! Es ist... Uh, bunte Haare! Es ist Mittwoch! Ähm, Maria hat es jetzt aufgenommen, weil sie die letzten Tage eigentlich nur gegammelt hat. Also ich wirklich, ich hab mega Gammeln hoch 100 gemacht. Also war nichts Spannendes passiert. Und mein Kopf sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, so sieht das aus, wenn Maria sich die Haare färbt. Genau. Ähm, ja, ich mach mal ein paar bunte Strähnchen. Ich denke mal, das werde ich euch nachher auch noch zeigen. Ähm, also ich denke mal, man hat in meinem letzten Video gesehen, dass ich ein bisschen schlecht im Voraussagen bin. Ich denke mal, ich zeig euch dies nicht. Ich denke mal, ich zeig euch das und dann kommt gar nichts davon. Ja, was soll ich noch erzählen? Ich weiß nicht. Ähm, ja, heute ist Silvester. Ich nehme mich vielleicht ein ganz bisschen auf, wenn ich daran denke. Aber eigentlich nehme ich die Kamera mit. Also müsste ich eigentlich dran denken. Und ja. Ähm. Ich mag meine Haare. Also das ist das, was bisher schon rausgekommen ist. Mal gucken, was da oben noch gleich passiert. Erstmal habe ich ganz viele kleine Strähnchen gemacht. Ähm. Ist mir eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Und gleich kommen halt die großen Strähnchen noch dazu. Die da oben gerade noch am Einziehen sind. Und ja. Ja. Ja, ja, ja. Guck, da sind gelbe Haare. Hatte ich auch lange nicht mehr. Ich bin am überlegen, ob ich mir, wenn das raus ist, mal wieder ganz die Haare gelb mache. Hätte ich auch Bock drauf. Ähm. Ja. Ich zeige euch vielleicht nachher mal, wie ich mich fertig mache oder wie ich fertig bin. Das mache ich eher meist als fertig machen. Das sind ja so Beauty-Youtuberinnen und das bin ich nicht. Da habe ich keine Lust zu. Ähm. Ja. Bis gleich oder nachher oder keine Ahnung. Hihi. Hallo ihr Menschen. Ich habe ein bisschen bunte Haare. Und ja. Ich sitze hier und bin am überlegen. Oh, so hell hier am Fenster. Ähm. Ich bin am überlegen, ob ich auf, äh, YouNow ein Livestream-Mini mache. Weil, ja, alle sind cool. Alle machen das jetzt. Aber ich habe das vorher auch schon mal gemacht. Aber nur halt lange schon nicht mehr jetzt. Und ich dachte mir, kann man ja vielleicht mal wieder machen. Aber ich weiß es noch nicht. Wie ich in meine Tattoo-Zeit gekommen bin. Guckt euch alle meine Tattoo an. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich das aber noch. Aber dann nicht lange, weil heute Silvester ist und so. Und ich muss noch Essen machen und so. Ja. So. Ich will jetzt auch nicht mehr viel sagen. Ich muss jetzt los. Und ja, das habe ich an. Dazu noch eine Stückjacke, die bis hier unten geht. Die voll geil ist. Ja. Das ist mein Gesicht. Uh. Ja. Ähm. Ich fahre jetzt gleich los. Eigentlich wollte ich jetzt schon losgefahren sein. Aber das funktioniert nie. Oh geil. Ich kriege alles so super scharf. Und ja. Ich gehe jetzt los. Wunderkerze. Yeah. Hi Michaela. Danke. Kleid mal bitte. Los. Los. Was? Die sollen knallen. Was tun hast du da? Wieso knallen die nicht, wenn ich filme? Danke. Oh guck mal wie schön. Hatte voll alles brennt. Film. Ja. Michael. Michael. Aus. Was geht bei denen ab? Da ist mal wieder ein paar Powerbälle hier. Ja Mensch. Hier. Feuer. Willst du Feuer? Hast du runtergeschmissen? Was? Hab ich? Ach. Das. Oh du hast die armen Knallerbsen runtergeschmissen. Oh mein goodness. Ist die gerade genau neben dir hochgeflogen? Nee. Give me fire. I want to ring of fire. Thank you. Bitte schön. YouTube. Welt. YouTube Welt. Krass ist richtig aus. Da. Da. Krass. Pass auf. Krass. Krass. Was war das? Das war ein Powerbälle. Oh mein Gott. Powerbälle. Behind the scenes bei Marie mit 8 Es und 1 1. Hier. Ich bin an meinen Feuerzeugen. Hier. Thank you. Das wäre richtig. Richtig krass. Please don't overtreiben. It's too hard for you. Ich bin ja. Ah. Ja komisch. Hatten wir nicht ein blaues? Nein. Hatten wir nicht ein blaues? Fuck it up ey. Shit. Shit nigga shit. Oh krass. Krass. Boah krass. Jetzt hier. Boah. Shit is real. Was sind Powerbälle? Powerbälle sind da wo Powerbälle draufstehen. Da sind sie doch. Sag mal bist du blind? Toni. Da ist Toni. Komm mal her. Komm her. Bitte. Komm mal wir machen ein YouTube Video. Sagt YouTube Hallo. Hallo YouTube. Ist das Powerbälle? Ja. 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 Wo ist noches? Wo ist noches? Krass oder? Krass. Die sind aber voll schön. Ja. Wie geil. Und krass krass. Pass auf. Krass. Bam Junge. Alter. War das einer oder war das zwei? Das ist einer. Oh Junge. Boah. Richtige Kurbel hier. Boah. Boah. Ah das läuft schon. Oh. Eeeh. Oh mein Gott. Was blendest du mir so ins Gesicht ey. Ich weiß genau dass ich das zusammenschneide. Also kann ich die Herstings. Oh krass. Jetzt geht es richtig los hier. Boah. Nice. Boah. Oh krass alter. Boah. 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 Das hat gar nicht funktioniert! Das ist so ein sagendes Ding! Oh mein Gott! Ali, beste YouTuberin! Ja, überschieben! Oh Gott! Ich grüße Sarah, ich grüße Len Floyd auf jeden Fall! Ich grüße Marien Käfer, die das gerade aufnimmt! Hallo Marie! Und ich grüße natürlich den Mördi! Und ich grüße Karl Heinz! Geht auf jeden Fall auf den Kanal Karl Heinz! Was mach ich hier? Happy New Year! Rieskant! 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 Yay! 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 Rieskant! 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 Oh mein Gott! Rieskant! Rieskant! Ah, Licht! Rieskant! 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 Wie sie das einfach fallen lässt! Hallo! 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 Ich auch! Zu Guga? Nee, ist eklig! Oh! 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 Wuhu! 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 Yay! Nochmal! Oh mein Gott! Kaaas! Wuhu! Kaaas! Wuhu! Oh mein Gott! Toni, deine Riesenmunderkerzen! So eiskalt ist sie weg auf einmal! Anna? Ja! Oh! Oh Toni! Warum sind sie runter? Oh nein! Mach mal heutzutage! Wuhu! Toni! Oh mein Gott! Mach nicht! Yay! Yay! Wer will noch... Toni, eine ist noch! Toni, nimm deine... Damit du zwei hast, dann weil's deine sind! Wie rum hält man die? Wie rum hält man die? Ist das dein Ernst, Toni? Nein! Ich verstehe! Mach oben auch an! Ja! Prost! 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 Wuhu! Wir waren dabei mit Marie! Yay! Ja! Ich hab mir ja frohes Neusein! Hab ich noch gar nicht gemacht! Rabitja! Oh mein Gott, Michi! Michi, was tust du? Wir werden alle sterben! Amit jaa! Nein, mach weg! Michi! Oh mein Gott! Menschen! Was tust du? Oh mein Gott! Michi, was tust du? Oh Michel! Oh mein Gott! Pass auf! Du stirbst gleich! Tod. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Ich hab wieder übertreiben, ey. Jedes Silvester. Oh, Toni, du hast voll rote Augen. Oh, die Selina ist so abzogen! Halli! Kannst Hallo sagen? Ich hab dir noch gar nichts Großes Neues gesagt! In der Hand gehalten. Nee, in die Flasche. Eddie, du bist so cool! Ja, so cool! Hallo, du nicht. Hi! Das ist sehr süß. Hallo, ihr Menschen. Ich hab ein bisschen Schnupfen, meine Augen tränen ein bisschen. Aber sonst geht's mir super eigentlich soweit. Ich bin ein bisschen tot, weil wir letzten, letzte Nacht jetzt, also heute ist Samstag und die Nacht von Freitag auf Samstag beziehungsweise die Nacht und den Morgen haben wir einen Herr der Ringe Marathon gemacht, haben aber nur zwei Teile geschafft, weil das auch noch die Extended Version war und das ist dann natürlich noch immer ein bisschen länger. und wir haben einfach zwischen den Pausen viel zu viel gelabert. Und ich meine, wir saßen im Endeffekt von ungefähr 21 Uhr bis 8 Uhr morgens da und haben Herr der Ringe geschaut. Es war sehr witzig, ich bin aber sehr kaputt. Ich bin um 8 Uhr dann schlafen gegangen und ich glaube, ich hab bis 14 Uhr geschlafen, womit ich eigentlich so relativ zufrieden bin. Und ja, jetzt geh ich gleich wieder zu einer Freundin und wir treffen uns da wieder, wo wir aus Silvester gefeiert haben, weil da noch genug Trinken übrig ist. Also da ist noch viel Bier übrig. Also nicht so, dass wir uns jetzt gleich wieder ins Koma saufen oder so. Und wieder erst recht nicht. Haben wir nicht getan. Ähm, ja, dann trinken wir gleich ein bisschen Bier zusammen und unterhalten uns. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch was erzählen soll. Es ist eigentlich nicht viel mehr als sonst die Woche passiert, glaube ich. Nein, eigentlich nicht. Ich mache jetzt ab und zu mal einen Livestream auf YouNow. Hey, jetzt kommen alle wieder. Oh mein Gott, du bist so Mainstream, wieso machst du das jetzt auch? Ich mache das nicht jetzt erst auch, sondern jetzt wieder, weil ich habe das vorher schon mal gemacht. Aber bin halt voll lange nicht dazu gekommen. Und jetzt bin ich halt schon darauf wieder gekommen, dadurch, dass das alle machen wieder. Aber ich habe es halt vorher auch gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich darauf komme, weil alle das machen. Weil ich habe ja BlogTV früher auch gemacht. Und BlogTV fand ich auch sehr geil. Fand ich fast schon ein bisschen besser, glaube ich, als YouNow. Ich weiß es nicht. Aber ich bin da jetzt auch ab und zu mal wieder. Und ja, ihr könnt ja mal vorbeischauen und meine Facebook-Seite liken, weil da schreibe ich eigentlich immer hin, wenn ich live bin. Und ja, hallo ihr Menschen. Ich liege gerade im Bett. Es ist kurz nach zwei. Ja, eigentlich wollte ich heute nicht lange schlafen, weil ich mir dachte, Marie, du musst morgen arbeiten gehen. Geh mal vielleicht früher aus dem Bett, damit du wieder schneller abends ins Bett kommst. Aber das hat nicht ganz so geklappt. Aber ich hoffe, dass ich heute Abend trotzdem müde bin. Ey, wenn nicht, habe ich ein Problem. Weil ich komme gar nicht aus dem Bett, wenn ich irgendwie länger wach war. Und das ist echt schlimm. Und ja, heute ist Sonntag. Mein wunderschöner Urlaub ist vorbei. Oh mein Gott, ich könnte heulen. Ich sehe aus wie so ein Busch. Jetzt wisst ihr, wie Marie aussieht, nachdem sie aufgestanden ist. Yay. Ähm. Ja. 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 Und ja. Soll ich noch irgendwas sagen? Habe ich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Hm. Hm. Ja. Viel Spaß bei meinem nächsten Wochenrückblick. Und ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Und ja, wenn das so ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und viel Spaß beim nächsten Wochenrückblick. Mhm.